Okay, ich muss gerade selber lachen. Okay, Leute, ich weiß, ich bin zu spät. Ich weiß, ich bin ein halbes Jahr schon fast zu spät. Ich bin fertig mit dem Umzug. Okay, es tut mir leid. Es ist echt mega, mega viel passiert. Und ich kann gerne darüber auch mal detailliert nochmal ein Video hochladen, wenn ihr das sehen möchtet. Wenn das überhaupt noch irgendeiner guckt. Ich habe ja gesehen, dass mich ungefähr 100 Leute deabonniert haben. Dann habe ich immer mal wieder welche neu abonniert. Und dann Klicks habe ich immer wieder auf meine Videos gekriegt. Das auf jeden Fall. Und ich habe auch immer mal wieder reingeguckt. Aber wie gesagt, es ist echt mega, mega viel passiert. Und ihr seht, ich bin halt wirklich umgezogen. Ich bin nicht mehr zu Hause. Also ich bin schon zu Hause, aber nicht mehr in meinem alten Zuhause. Ich bin jetzt in dem Zuhause, wo ich halt jetzt bin. Es ist mir irgendwie mega peinlich, nach einem halben Jahr jetzt ein Video hochzuladen. Und ich will einfach mal gucken, wie die Reaktion von euch darauf ist. Weil ich bin seit Wochen eigentlich mega gehypt, wieder so ein bisschen auf YouTube durchzustarten. Und ich will einfach mal das Feedback von euch haben, was ihr so davon haltet. Und schreibt mir doch mal was unten rein. Ich denke, ich werde es so oder so machen. Aber ich bin einfach wirklich mal gespannt, wie viele eigentlich jetzt noch da sind. Es ist sicher nicht richtig von mir gewesen. Aber wie gesagt, es ist ja nur ein Hobby von mir. Und genau. Ich will einfach nur mal euer Feedback dazu haben. Okay? Ich werde wahrscheinlich heute Nacht oder morgen schon anfangen. Ein neues Projekt anfangen. Ich fange jetzt erstmal ein neues Projekt an, habe ich mir gesagt. Ich überhalte die alten anderen Videos noch. Aber ich fange jetzt mal ein neues Spiel an. Und lade das mal hoch. Und ich lade auch dieses Video jetzt gleich mal in diesem Anschluss hoch. Äh, im Anschluss hoch. Und ja. Was soll ich sagen? Wie gesagt, wenn ihr genauer wissen wollt, was los war, wieso dies, das, jenes, kann ich entweder mal einen Livestream machen oder ich lade nochmal ein Video dazu hoch, dass ihr da besser im Bilde seid. Genau. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, danke, dass ihr euch das Video ein bisschen angeguckt habt. Und ich hoffe, ihr seid bei meinen nächsten Videos, die ich jetzt hochlade oder bei meinen nächsten Projekten auch dabei. Und ansonsten würde ich sagen, haltet die Ohren steif. Euer Nier. Ciao. Ciao.